Mallorca, Trauminsel mit vielen Geheimnissen. Das Kap Vomentor im Norden Mallorcas ist ein grandioses Beispiel für die wilde Seite der Insel. Die Einheimischen nennen diesen Ort hier Treffpunkt der Winde. Aber es geht noch ein bisschen wilder. Abenteuer Mallorca, zweiter Teil. Spektakuläre Schluchten und verwunschene Täler werden wir mit unserem Planet E Zeppelin aus der Luft erkunden. Vom Himmel geht es dann sogleich in die Unterwelt. Mallorca ist ein Paradies für Höhlenforscher. Alles in allem ein ziemlicher Kontrast zu Strandurlaub und Ballermann. Der Putsch-Major ist mit 1445 Metern der höchste Berg Mallorcas. Seit 1958 militärisches Sperrgebiet. Auf dem Gipfel eine Radaranlage. Von hier aus fliegt der Planet E Zeppelin weiter im Uhrzeigersinn über die Insel. Macht dabei aber einen Abstecher über die Stauseen des Tramuntana-Gebirges. Das Santuari de Santa Maria de Juque gilt als spirituelles Zentrum der Insel. Durch den Kultum einer schwarzen Madonnenfigur, der Sa Morinita, hat das Heiligtum auch überregional Bedeutung erlangt. Am Rande des Tramuntana-Gebirges, in der Nähe von Campanet, liegt eine ungewöhnliche Finca. Geier sind sein Leben. Juan José Sánchez betreibt eine Schutzstation. Es ist wichtig, Mallorcas Geier zu schützen. Besonders unsere Population an Mönchgeiern. Sie sind die letzten auf der Welt, die auf einer Insel leben. Die Tiere sind über einen Meter groß. Die zweitgrößten Greifvögel Europas. Zusammen mit zwei deutschen Helfern kümmert sich Sánchez um die Tiere. Sie werden gezählt, gemessen und gewogen. Immer dabei Christine Fennebusch. Ein ehrenamtlicher Job. Die Tiere bei uns in der Voliere, das sind alles Tiere, die verunfallt sind. Oftmals sind sie in Elektrizitätsleitungen geflogen oder in Windräder. Das ist eine große Problematik, weil die Tiere suchen sich vor einigen Landbrücken, um zu fliegen. Und dort stehen oftmals Windenergieparks, Anlagen. Und wenn sie dort reinkommen, ist es so, der Geier wiegt ungefähr zwölf Kilo. Und wenn er von der Windböe erfasst wird, dann kann er dem nicht mehr ausweichen. Und das sind also häufige Gefahren. Neben Mönchsgeiern fliegen auch Gänse- und Schmutzgeier durch das Tramontaner Gebirge. Auf der Ariand-Hochebene ist ein einmaliges Schutzgebiet entstanden. Nichts für den Massentourismus. Geier brauchen ihre Ruhe. Schlaf mal dort oben. Da ist ein Geier. Für mich ist die Faszination am Mönchsgeier einfach das Gefühl von Freiheit. Wenn man die Tiere sieht in freier Wildbahn mit ihren Flügeln, die über drei Meter lang sind, und sie einfach umhergleiten, die Winde nutzen, das drückt einfach Freiheit aus. Und es ist schön, sie anzuschauen. Einfach auch die Distanzen im Segelflug zu überwinden. Und gerade hier in der Bergwelt von Mallorca, die durch ihre schroffe Schönheit beeindruckt, und das ist für mich die Faszination. Durch sanften Tourismus will die Mönchsgeierstiftung Geld erwirtschaften, ohne die Geier zu stören. Ein schmaler Grat. Ökotourismus könnte eine gute Sache sein und ist wichtig für die Region. Aber eben in einem überschaubaren Maß. Die Touristen könnten helfen, das hier am Leben zu erhalten. Die Balance muss stimmen, nachhaltig sein. Sonst können Touristenmassen schnell zur Last für das Tramuntana-Gebiet werden. Gefährlich für den Mönchsgeier-Nachwuchs. Wenn Wanderer stören, kommen die Elterntiere für eine Weile nicht wieder. Jungtiere sind dann der Sonne und Feinden schutzlos ausgeliefert. Nur ein verantwortungsvoller Tourismus kann die Mönchsgeier auf Mallorca bewahren. Poyenza hat 17.000 Einwohner und ein Gewirr von engen Gassen. Die längste Treppe der Insel führt auf den Kalvarienberg. Wer sie bewältigt, wird mit einer wunderschönen Aussicht belohnt. Alcudia aus der Vogelperspektive. Die Meeresbuchten von Poyenza und Alcudia treffen hier aufeinander. Archäologische Funde belegen eine Besiedlung der Region ab 2000 vor Christi Geburt. Über 1600 Hektar groß der Parc Natural de Salbufera de Mallorca. Er hat internationale Bedeutung. Seit 1988 steht das Rückzugsgebiet für Vögel unter Schutz. Über 270 Vogelarten lassen sich hier beobachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Abstecher in die Inselmitte. In der Ebene Esplan liegt Zineo. Im Zentrum die Pfarrkirche Nuestra Senora de Los Angeles. Direkt davor der geflügelte Löwe Jeho de San Mark. Artal liegt 60 Kilometer nordöstlich von Palma. Acht Berge mittlerer Höhe umgeben die Gemeinde. Doch zahlreiche Waldbrände haben den Lebensraum immer wieder zerstört. Trotzdem bietet die Umgebung Fischadlern und Wanderfalken einen Lebensraum. Wunderbare Strände und sogar Dünen machen die Umgebung von Artá zu einem der schönsten Badeparadiese Mallorcas. Unter der Wasseroberfläche verbirgt die Umgebung Fischadlern und Wanderfalken. Hier wird sich ein weiteres Paradies. Musik 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 Das Santuari de San Salvador in 509 Metern Höhe. Früher eine Pilgerstätte von Mönchen verwaltet. Pilgern ist heute immer noch möglich, doch die Mönche sind einem Hotelgewichen. Musik 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 Im Naturpark von Montragore liegen wohl zwei der schönsten Strände der Insel. Stark frequentiert von Urlaubern und Einheimischen. Musik Trotzdem ist die Gegend ein kleines, fast karibisches Paradies und steht seit 1992 unter Schutz. Musik Musik Santanyi gilt als Stadt mit sehr guten Restaurants. Viele mit deutschen Köchen. Musik Ihre Liebe zu Mallorca geht durch die Mägen mit einheimischen Produkten vom Wochenmarkt. Musik Am südlichsten Punkt der Insel, dem Kap des Cesalinas, gibt es einen besonderen Leuchtturm. Als erster in Spanien wurde er mit Solarenergie versorgt. Von hier der beste Blick auf den Nationalpark Cabrera. Die Inselgruppe trennte sich erst vor 15.000 Jahren von Mallorca ab. Musik Die Inselgruppe trenert die Inselgruppe. Musik 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 Besonders die große Korallenmöwenkolonie weckt das Interesse vieler Ornithologen. Zurück auf Mallorca. Campos, berühmt für seine Märkte und seine Feiern. Mehrfach im Jahr machen vor allem die jugendlichen Bewohner die Nacht zum Tag. Dann ziehen sie als Teufel durch die Gassen. Ein Riesenspaß für die einen, Horror für die anderen. Musik Es Trenk, fünf Kilometer Dünen und Sandstrand in einem Naturschutzgebiet. Musik Salz ist ihre Leidenschaft. 2002 kam die Schweizerin Katja Böhr nach Mallorca. Im Gepäck eine Idee. Das edle Flor de Sal zu ernten. Salzblumen, die unter besonderen Bedingungen auf dem Meerwasser entstehen. Ich mag meinen Flor de Sal, weil ich mag die Entstehung, also wie es kristallisiert, dass es wahnsinnig wetterabhängig ist und wetterfühlig ist. Also wir brauchen ganz viel Sonne, es braucht eine leichte Brise, es darf nicht zu sehr Winden, weil sonst die Wasseroberfläche in Bewegung gerät und die Kristalle sich nicht an der Wasseroberfläche halten können. Es ist zart, es ist extrem rund im Geschmack. Es erinnert mich so an den Wert der Mutter Erde. Also es macht mich so erdverbunden. Berge von Meersalz. Die seltenen Salzblumen haben damit kaum etwas gemein. Flor de Sal entsteht an der Wasseroberfläche und sie entsteht nur zu ganz spezifischen Wetterverhältnissen. Wir brauchen ganz viel Sonne, keine Luftfeuchtigkeit oder geringe Luftfeuchtigkeit und eine leichte Süd-Süd-Ost-Prise. Und dann entstehen durch das Zusammenspiel von Sonne, Wind und Meer die Salzkristalle an der Wasseroberfläche und die schwimmen an der Wasseroberfläche. Und die leichte Süd-Süd-Ost-Prise stößt das dann am Beckenrand und dann bildet sich am Ende vom Nachmittag wie so eine dünne Eiskruste. Und die wird ja manuell mit dem Rechen abgetragen. Doch Katja Wöhr hat ihre Salzfelder mittlerweile verkauft. Häufiger ist sie jetzt in Sao Bobla, kauft besonderes Mehl beim letzten Getreidemüller der Insel. Das ist halt ein Urweizen aus Mallorca, der ist vor fünf Jahren wieder entdeckt worden über die Slow Food Vereinigung und dann rekultiviert worden in Zusammenarbeit mit mehreren Biobauern auf der Insel. Und der ist nicht modifiziert worden die letzten 50 Jahre. Das macht den vom Geschmack her sehr nussig und vom gesundheitlichen Faktor her hat er alle Nährwerte drin, die er an Urweizen drin haben kann. Manchmal überrascht sie den Müller mit einem Sack Flor de Sal. Er gibt ihr Mehl. Beide Produkte zusammen ergeben eine neue Geschäftsidee, die nur funktioniert, wenn man die richtigen Kontakte auf Mallorca hat. Ich glaube, wenn man die Sprache spricht, das ist das Erste, dann hat man auf jeden Fall Zugang zu den Mallorquiner. Und wenn man dann auch etwas tut für die mallorquinische Gesellschaft oder die Wirtschaft, dann gewinnt man so einen gewissen Respekt. In der Markthalle von Palma finden Salz und Mehl auf spezielle Art zusammen. Gegen unzählige kulinarische Köstlichkeiten muss sich das neue Produkt behaupten. Ein kleiner Stand. Katja Wöhr und die Auferstehung einer mallorquinischen Spezialität. Die Coca ist eigentlich Restverwertung vom Brotteig. Und das haben sie in den Ofen geschoben und ein bisschen Olivenöl rüber geträufelt. Und das sind so ein bisschen arme Leute essen gewesen damals. Und mittlerweile wird das so ein bisschen zelebriert als die mallorquinische Pizza. Eine Gegenbewegung zum uniformen und globalisierten Fast Food. Mir ist es sehr wichtig, dass wir mit lokalen Produkten arbeiten, weil erstens wir dadurch den Energiefaktor senken, indem das Produkt nicht reißt. Wir unterstützen dabei die lokale Wirtschaft und wir helfen den Bauern hier auf der Insel so ein bisschen sein Selbstwertgefühl wieder zu erlangen. Genießen mit gutem Gewissen. In Seskovetas am Estrenkstrand müssen auch deutsche Investoren ihre Träume vom Leben in der Natur begraben. Illegal wurden die Häuser ins Naturschutzgebiet gebaut. Die Folge jahrelange Prozesse gegen eine Umweltschutzorganisation. Wer gesiegt hat, ist nun klar. Abriss der Schandflecke. Auf Mallorca ändert sich was. Flächenmäßig ist Juca Major die größte Gemeinde Mallorcas. Beim Vorbeifahren wirkt die 36.000 Einwohner Stadt nicht besonders schön. Doch aus der Vogelperspektive entwickelt sie ihren ganz eigenen Charme. Das Heiligtum auf dem Randa Berg entstand nach der christlichen Rückeroberung im Jahr 1229. Heute befinden sich insgesamt drei Klöster auf dem Berg. Eines davon schmiegt sich wie ein Schwalbennest an die Steilwand. Sarenal war einmal ein kleines Fischerdorf. Es gab Dünen und jede Menge Natur. Und davon ist nichts mehr zu sehen. Epizentrum des Massentourismus. Die Kathedrale Laceo in Palma markiert das Ende einer ungewöhnlichen Erkundung. Massentourismus gegen wunderbare Natur. Vielleicht lehrt uns Mallorca, dass man manchmal Dinge opfern muss, um andere zu schützen. Noch hält die Insel wacker die Balance. Unser Planet Ezeppelin ist zurück in Palma. Das, was wir aus der Luft entdeckt haben, begeistert uns, fasziniert uns, aber stimmt uns auch ein wenig nachdenklich. Denn es braucht viel Energie und Überzeugungsarbeit, um die Schönheiten der Insel, eben dieses andere Mallorca, zu bewahren. Das geht nur mit gemeinsamen Konzepten von Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus. Genau hier steckt aber eine riesige Chance, Millionen Urlaubern ganz entspannt zu zeigen, dass es sich sehr lohnt, unser gemeinsames Naturerbe zu erhalten. Und das sehen Sie in der nächsten Folge von Planet E. Dämmen um jeden Preis, Deutschland isoliert sich. Hohe Kosten, Probleme mit Schimmel, fragwürdige Einsparungen. Dazu Haltbarkeit und spätere Entsorgung völlig ungeklärt. Doch die Politik will es so, Energie sparen koste es, was es wolle. Deutschland im Dämmwahn in der nächsten Folge von Planet E. Doktor Republic Betrugged Vielen Dank.